Frankfurt am Main um 9 Uhr morgens. Trotz frostiger Temperaturen hatten sich 25.000 Läufer aus aller Welt zum 31. BMW Frankfurt Marathon versammelt. Was sie alle einte, ihre uneingeschränkte Begeisterung für den Laufsport. Also heute Morgen bin ich guter Dinge, ich bin gut gelaunt. Ich habe richtig Bock, heute Morgen diesen Marathon zu laufen. Man versucht erst mit Halbmarathon und dann probiert man halt auch mal den Marathon. Ich fand es fantastisch. Laufen ist Lifestyle. Einfach die Lust am Ausdauersport und jetzt einmal auszuloten. Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, ja. Der BMW Frankfurt Marathon brachte nicht nur Läufer, sondern auch über 450.000 Zuschauer an die Strecke. Die Stimmung ist auf jeden Fall Bombe und wir freuen uns hier zu sein. Stimmung prima und die Läufer sind motiviert. Die Anfeuerung am Streckenrand spornte die Läufer trotz Eiseskälte zu Höchstleistungen an. Der amtierende Weltrekordhalter Patrick Macau lieferte eine perfekte Vorstellung ab und holte sich den ersten Platz mit der Zeit von 2 Stunden, 6 Minuten und 8 Sekunden. Erster Deutscher wurde der Lokalmatador Sören Kahr. Er arbeitete sich auf Platz 16 vor und erzielte eine sagenhafte Zeit von 2 Stunden, 13 Minuten und 57 Sekunden. Bei den Damen sicherte sich die Debutantin Misselich Melkamu den ersten Platz. Mit 2 Stunden, 21 Minuten und einer Sekunde stellte sie gleichzeitig einen neuen Streckenrekord beim BMW Frankfurt Marathon auf. Lisa Hahner feierte ebenfalls in Frankfurt ihr Marathon-Debüt und überzeugte als beste Deutsche mit 2 Stunden, 31 Minuten und 28 Sekunden und Platz 8. Auch die Amateurläufer feierten ihre einmaligen Leistungen beim BMW Frankfurt Marathon. Ihre Freude am Laufsport stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Ich fühle mich fantastisch, weil ich jetzt heute der Bestzeit gelaufen bin. Es tut zwar alles weh, aber ich fühle mich super. Es war eine klasse Stimmung. Ich hatte richtig viel Spaß. Glücklich, meine Traumzeit, Bestzeit, schönes Wetter, wunderbar. Es war einer der besten Tage meines Lebens. Der 31. BMW Frankfurt Marathon. Ein Riesenerlebnis für alle Beteiligten. Alles weitere, was Sie über BMW Laufsport wissen sollten, finden Sie unter www.bmw.de.